Ich habe gesagt, wir sehen uns in diesem Part direkt an der Nordküste in der Arktis vor Kanada und mir ist aufgefallen, dass ich doch tatsächlich hier ein Stück vergessen habe, der Kater aufzudecken. Deswegen sind wir aber nicht hier. Wir haben uns ja gewundert im letzten Part, warum es nicht geklappt hat, bei diesem Totentham das Ding da aufzulösen. Das liegt daran, dass er zwei Hörne haben will und die vom Walrus haben, war ja klar, aber wie man sehen kann, hier ist noch ein Narwal. Nein, 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 nein. Sag mal. Digga. Er hat ein Rad ab. Glaube ich spinne. Der lange, wie ein Horn geformte Stoßzahn eines Narwals wurde in der Vergangenheit zu hohen Preisen gehandelt, da er für das Horn eines Einhorns erhalten wurde. Seine schlichte Größe führte dazu, dass, wenn man von der Existenz des Narwals nichts wusste, man sehr leicht dem Glauben verfallen konnte. Es handele sich wirklich um das Horn eines Einhorns. Ja, und da müssen wir jetzt hoch. Da müssen wir jetzt hoch. Um einen Narwal Stoßzahn zu kriegen. Das ist doch schon mal super. Und was bist du für ein hässliches Vieh? Ein Seehase. Okay. Gucken, was wir hier noch so an Land finden, bevor wir wieder zur Neuner Insel fliegen. Ah, was ist los? Oh, Otter. Ein Seeotter. Ich liebe Otter. Kegelrobben? Nee, Bandrobben. Okay. Das sieht vielversprechend aus. Dann wollen wir zurück zum Boot. Jetzt diese Nacht könnten wir das Polarlicht sehen. Wurde mir vorhin angezeigt, aber das brauchen wir nicht. Wir können jetzt viel lieber mehr Geld für diese Karte kriegen bei Ocean. Yay! Auf einmal ist das Wetter schlecht. Egal. Und dann überlege ich mir, ob wir schon zum Kortiker gehen und mit der Hauptgeschichte weitermachen. Weil eigentlich hätte ich da Bock drauf. Hättet ihr auch Bock drauf? Ich kann jetzt schlecht eure Antwort sehen, weil es kein Livestream ist, aber ich bin mir sicher, ihr habt auch Bock drauf. Komm, Ocean. Give it to me. Ich würde übrigens behaupten, dass Ocean irgendwie so Ende 10, also so 18, 19 ist. Noch keine Neuenfachs. Danke fürs Vervollständigen. Der neuen Karten. 50p. Ja. Aber, weil ich eine ganze Karte vervollständig habe. Bam, 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 bam. Das ist voll gut. Und jetzt wollen wir mal eben was anderes machen. Und theoretisch hätte ich durchaus Bock. Ja. Du legst den Walrosshauer und den Nawal Stoß da nieder. Ich bin zufrieden. Mein Dank. Sandstrand später. Für dich. Okay. Merkwürdig. Die Stimme verklingt. Wir könnten jetzt eine Quest starten, die mit der Gitarre zu tun hat. Oder ins Gatama-Atoll einige Sachen holen. Und bin am überlegen. Nö. Wir machen mit der Hauptgeschichte weiter. Da habe ich nämlich Bock drauf. Ab zum Kortika. Denn das ist ein ziemlich cooles Gebiet. Dieser Nebenfluss des Amazonas ist bekannt für seine vielen Untiefen und eine Vielfalt an Süßwasserbewohnern. Taucher müssen in den engen Kanälen vorsichtig sein, da die Sicht in den trüben Gewässern sehr eingeschränkt ist. Das Wetter scheint nicht sehr gut zu sein hier. Hier ist der Fluss recht seicht. Wir nähern uns dem Oberlauf. Mensch, das ist ja ein Dschungel. Das ist der einzige Regenwald des Amazonas, Mädel. Einzigartige, meinte ich natürlich. Wir geben besser acht, denn er ist voller gefährlicher Tiere. Was für gefährliche Tiere. Hier, da wäre etwa der Kaiman, der zu den Alligatoren zählt. Und außerdem gibt es noch Piranhas und Zitterahle. Wenn ich nur die Namen höre, bekomme ich schon Gänsehaut. Wir haben den Pulser, also sollte es kein Problem für uns sein. Da bin ich mir nicht so sicher. Verlass dich nicht zu sehr auf den Pulser. Normalerweise wird er in Süßwasser nicht verwendet. Anders als im Meer hat er hier vielleicht nicht bei allen Tieren einen Effekt. Ich werde auf dem Boot bleiben und euch Hinweise geben. Und ich gehe mit dir und helfe bei der Suche. Okay, also geh mal mit. GG. Hier unten. Bei der Strommitte ins Wasser. Und vertraut mir. Das ist echt ziemlich cool. Man kann ja jetzt hier schon sehen, so. Die Sichtverhältnisse sind anders als im Meer. Jetzt sind wir im Süßwasser. Dieser Süßwasserfluss beherbergt viele der Arten, die auch im Amazonas leben. Etwa Piranhas und Zitterahle. Ja, das ist schon cool. Und dadurch, dass wir jetzt GG dabei haben, können wir fünf Bergungsitems mehr sammeln. Voll cool. Das ist ziemlich cool. Gut, lass uns den Kortiker stromaufwärts schwimmen. Nächster Halt. Geisterfälle. Das sind Wasserfälle, die angeblich ein Stück weiter stromaufwärts liegen. Die Einheimischen fürchten die Fälle seit Generationen. Für sie ist es ein geweihter Ort. Sie sagen, dass man in der Nähe der Fälle das Lied der Drachen hören kann. Mein Schatzgefühl sagt mir, dass wir dort den Schatz vom Pazifika finden werden. An einem Ort wie diesem muss doch einfach etwas verborgen sein. Ich hoffe, du hältst mir den Rücken frei, wenn wir irgendwelchem gefährlichen Getier begegnen. Ach genau, übrigens, ich kann dir beim Bergen assistieren. Wenn du mit mir tauchst, kannst du fünf Bergungsitems mehr als gewöhnlich tragen. Wenn du wissen willst, wie viele Bergungsitems noch in einem Gebiet liegen, sprich einfach mit mir. Oder anders gesagt, wenn du den schnellen Weg zu schätzen und Reichtum suchst, tauch einfach mit mir. Kapiert? Los geht's. Und das Geile ist... Hier werden wir jetzt einige neue Fische sehen. Oh, ein Alligator-Hecht. Alligator? Schlechter Deutschrapper? Nein, Spaß. Alligator ist tatsächlich ein echt guter Deutschrapper. Und Deutschrap ist gar nicht so meins. Wenn ich ehrlich bin. Aber ja gut. Man kann auch nicht alles haben, ne? Mal gucken, ob der Sensor hier mal ein bisschen ausschlägt. Ne? Tatsächlich. Die Frage ist, können wir das denn auch bergen? Eine kleine Flasche sollte drin sein. Da seht ihr es. 15 Items können wir jetzt bergen. Das ist gut. Oh, die Stromschnellen. Müssten das sein, glaube ich. Oder halt die gefährlichen Gewässer. Auch gut. Fast. Und da sehe ich schon. Hallo, hier spricht Hayaku Sakurai. Siehst du diese Fische vor dir? Das sind die berüchtigten Piranhas. Der Pulser sollte hilfreich sein, doch. Aber wir können doch nicht auf jeden einzelnen Piranha Pulser anwenden. Dann werden wir ganz schnell Fischfutter. Ich verstehe deine Befürchtung. Allerdings sind das eigentlich relativ zurückhaltende Fische. Solange sie genug Futter haben, kommen sie keinem Menschen zu nahe. Bedeutet das... Bedeutet das... ...bringt. Und da wir jetzt 15 Sachen bergen können. Ich sag doch, ganz gut. Ich hoffe, dass wir bald die große Tasche von Nancy kriegen. Dann... ...können wir... ...mit GG, wenn wir tauchen. ...sogar ganze... ...20 Items bergen. Das wäre doch super. Und vor allem können wir dann alles bergen, ohne auf irgendwas achten zu müssen. Achten wir einfach mal drauf. Die halten wir, ne? Ja. Oh, hier ist eine dämliche Fliege. Die nervt mich total. Hallo? Hier spricht Hayaku Sakurai. Das ist ein Krokodilkaiman, eine Art Alligator. Er ist eigentlich ein gutmütiges Tier, doch das bedeutet nicht, dass er harmlos ist. Du solltest also vermeiden, seine Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen. Ihre Jungen schützen sie um jeden Preis. Und sie werden extrem aggressiv, wenn sie ihren natürlichen Feind, die riesige Anaconda, angreifen. Dann füllen wir ihn mal hinzu. Das hier müsste ein Arovaner sein. Ja. Ein sehr schönes Tier. Wir schwimmen einfach nur durch. Ihr könnt mich in Ruhe lassen. Ich tue euch nix. Alter, hier sind hier viele... Au! Drecksack. Ich habe euch nix getan, Leute. Ich tauche hier doch nur. Ich will nix von euch. Okay. Naja, da kommen wir scheinbar noch nicht rein. Frage, jetzt können wir mit GG jetzt eigentlich auch diese ganz großen Sachen aufheben. Das wäre eigentlich total gut, oder? Aber das weiß ich tatsächlich nicht. Das ist nur, dass hier... ...Riesenotter sind. Ja, Otter. Liebe Otter. Wir sind so süß. Ist das ein roter Arovaner? Arapaima. Okay. Okay. Was haben wir da? Ein schwarzer Paco. Okay. Was haben wir hier? Das sieht mir aus wie... ...Harlequen Frosch. Ja, wie so ein Kaulquappe. Das war das Ort, was ich gesucht habe. Das ist sogar tatsächlich krass. Sehr schön. Ich nehme das ganze LP hier, so wie es aussieht, jetzt gerade übrigens komplett am Stück auf. Heute am 13. Juli, weil ich noch Urlaub habe. Das wollte ich ausnutzen. Dass ich, wenn ich es hochlade, dann wenigstens... ...ne Möglichkeit auch das ganze LP. Soll sich ja lohnen. Na, jetzt kommen wir in den Mangrovenwald. Glaube ich. Mangrovenlabyrinth. Ja, fast. Ich habe das Spiel lang nicht mehr gespielt, okay? Hallo? In dieser Umgebung kann sich der Zitterall perfekt verstecken. Er ist ein gefährliches Tier, welches elektrisch geladen ist. Und wenn du dich nicht vorsiehst, könntest du einen bis zu 800 Volt starken Stromschlag abkriegen. Sie atmen Luft, was bedeutet, dass sie ab und an zur Wasseroberfläche kommen müssen. Sei vorsichtig, du weißt nie, wo sie gerade stecken können. Ach ja, und durch ihre Elektrizität ist der Pulser leider nützlos. Ich will dich nur... Ja, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich will hier nur einmal durchtauchen. Dann sind wir hier nämlich größtenteils durch. Eine kleine Puppe können wir mitnehmen. Ich glaube tatsächlich, dass das was sehr Wertvolles ist. Aber genau sagen kann ich es euch nicht. Dafür habe ich das Spiel echt zu lange nicht mehr gespielt. Und hier sind mehr Zitteraller, als ich in Erinnerung hatte. Das ist natürlich nicht so gut, aber wir haben es geschafft. Durch alle Gefahren, durch eine kleine Kugel. Wir haben schon knapp die Hälfte der Items. Wir kommen gleich erstmal noch zu einem Gebiet, wo... Die besten Items sind... Dieses Gebiet ist ja wie ein Minenfeld. Überall gefährliches Getier. Ich habe die Fauna des Cortica gewaltig unterschätzt. Wenn ich allein hier wäre, wäre ich schon längst Geschichte. Ich glaube, ich will nur sagen, bin froh, dass du hier bist. Okay, lass uns weiterschwimmen. Wir kommen immer näher. Jetzt gehen wir zum Cortica Strom aufwärts. Und das ist sogar für den Fall der Fälle auch mal richtig. Und... Theoretisch könnten wir diese Karte vervollständigen, aber... Das würde jetzt zu lange dauern. Brasilien, Südamerika, Cortica Strom aufwärts. Ob es den Cortica wirklich gibt, das weiß ich nicht. Das Wasser ist hier viel klarer als noch vorhin. Und wir sehen auch komplett andere Fische. Ich habe das Gefühl, dass die Geisterfälle hier irgendwo in der Nähe sein müssen. Aber komm. Wir können ja mal... Ein bisschen was vervollständigen. Vielleicht schaffen wir es ja. Das sind die Geisterfälle. Und da unten ist ein riesiger Wels. Dieser Wels, der wird noch besonders. Dann ist nicht Tobias Wels, der Schiedsrichter, gemeint. Das sind also die Geisterfälle? Was ist am Grund der Fälle? Sieht aus wie von Menschen gemacht. Wie merkwürdig. Lass uns das mal ansehen. Die Strömung ist so stark, ich kann es nicht richtig erkennen. Aber es sieht aus wie irgendeine Art antikem Schleusentor. Versuch, Hayako anzufangen. Ich bin sicher, dass sie etwas darüber weiß. Dieses Schleusentor ist also hinter einem Wasserfall. Und auf beiden Seiten stehen Statuen, die sehen aus wie Frösche. Möglicherweise sind das Schreine für die geweihten Frösche, wie diejenigen, die man im Flussbelt des Kortikers findet. Wenn ich mich recht erinnere, gab es da dieses Lied der Einheimischen über ein Schleusentor und Frösche. Wie war das? Ein Silberfressener Frosch und ein Lapisfressener Frosch? Schützen das Schleusentor des Königs. Preise sie beide, um das Tor zu öffnen. Lapis, Lapis, Silber, Lapis, Silber. Okay, Lapis steht gewiss für den Stein Lapislazli. Also Silber und Lapislazli. Aber die Frösche sehen für mich aus, als wären sie aus Stein. Angeblich fressen sie Silber und Lapislazli. Wahrscheinlich sind sie innen voll von diesem Zeugen. Ach, mir egal, ich will einfach nur durch. Ich habe mir das Lied gemerkt. Wenn du es nochmal hören willst, lass es mich wissen, okay? Das Ding ist Metall. Das ist Stein. Also, Lapis, Lapis, Silber, Lapis, Silber. Also. Drücken. Und. Lapis, Lapis. Done. Und wenn ich jetzt den anderen drücke, müsste eigentlich das Tor aufgehen. Ja. Großartig. Das war also der Trick. Genial. Muss ich echt zugeben. Respekt. Ja. Schon krass da. Hä? Dieses Geräusch. Das Lied der Drachen. Was? Kein Fall. Wenn das das Lied der Drachen ist, dann ist gewiss ein gewaltiger Drache da oben, der den Schatz beschützt. Okay, lass uns gehen, aber bleib ganz cool. Es wird gemunkelt, dass diejenigen, die das Lied der Drachen hören, verflucht werden. Ich habe das nie geglaubt, aber jetzt, da ich es gerade selber gehört habe, sag es erst nicht gerne, aber ich grusel mich ganz gewaltig. Gewaltig. Ernsthaft? Da ist nichts, wovor du dich gruseln müsstest. Ein roter Guppi. Ja. Wie sieht es aus mit der Karte? Kann man das Ding hier noch weiter vervollständigen? Unwahrscheinlich, ne? Aber da kann man doch bestimmt noch ein bisschen was machen. Wir so viel wie möglich aufdenken. Man weiß ja nie, ne? Mann, ich dachte, der Trigger hat jetzt irgendeinen Event, hat er das so im Kopf, aber anscheinend noch nicht. Aber gut, wir schauen einfach mal weiter. Da werden wir auf jeden Fall jede Menge schätzen und stoßen. Ich bin mir sicher, dass ich nicht alle davon mitnehmen kann. Der blaue Arovaner. Hä? Schwarz. Das ist echt keine Ahnung, du, ne? Sind hier die... Hier ist noch eine Münze. Aber schon wieder diese roten Guppis. Leserta. Okay. Wir müssen aber auch unnormale Guppis sein, also blaue. Ja. Ach, die habe ich direkt mit. Okay. 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 Komm, deck es auf. Das ist nicht wahr, ne? Das kann man nicht aufdecken. Finde ich jetzt schon irgendwie frech, du, ne? Aber gut. Apart geht schon wieder 24 Minuten. Hm. Na, passt nicht in die Tasche. Okay. Das habe ich mir fast gedacht, du. Aber wo geht denn die da gang hin? Hm. Wollen wir mal schauen. Ein Gemälde. Immer gut. Könnte was Wertvolles sein. Wir haben noch die halbe Luft. Das ist ziemlich gut. Oh. Ein Amazonas-Delfin. Fluss-Delfin. Tempel des Zwielichts. Cortica. Das ist... Sieht aus, als hättest du was gefunden. Wow. Sieh dir das an. Ein alter Tempel versunken in einem unterirdischen See. TG berichtet Hayaku von dem Fund. Verstehe. Dank deiner Beschreibung glaube ich zu wissen, was wir hier haben. Die Ruine unterscheidet sich von den typischen Ruinen dieser Gegend. Eigentlich erinnern sie eher an andere Ruinen, die an unterschiedlichen Plätzen auf der ganzen Welt entdeckt wurden. Genau wie der Schatz von Pazifika und die Lapislazuli-Tafeln wurde das hier wohl von den Okeaniden hinterlassen. Kurz gesagt, Bingo! Der Schatz von Pazifika muss hier sein. Das Lied der Drachen ist verstummt. Und wir sind keinem monströsen Drachen begegnet. Wo kam denn jetzt dieses Geräusch her? Schauen wir doch einfach mal, wie schön welche Tiere wir hier so haben. Also ein Amazonas-Delfin. Ja, cool, ne? Ich weiß, dass sich hier der teuerste Schatz des Spiels befindet. 15.000 Punkte ist der Wert. Den müssen wir aber erst freischalten. Das ist der Inka-Schatz, müsste das sein. Kann man auch halt logischerweise nur einmal finden. Der befindet sich hier eigentlich hier drauf. Eigentlich halt, ne? Hier finden wir auf jeden Fall allerlei diverse coole Sachen, die wir mitnehmen können. Da wird wohl irgendwas wertvolles schon dabei sein. Wird natürlich auch teuer sein, das schätzen zu lassen, aber Nancy gibt uns dafür bestimmt ordentlich ein Geld. Und, komm, irgendein Gemälde muss da dabei sein. Apropos Gemälde, da müssen wir ja dann nochmal tatsächlich, wenn ich mich nicht irre, in den, ähm... Und hier haben wir schon. Ins Falkerschloss nochmal, ne? Sollten wir Gary mal... Gary Gray mal mitnehmen. Könnte sein, dass wir die ganze Karte aufdecken. Könnte sein. Das ist indirekt, insgeheim so ein bisschen mein Ziel jetzt. So, nochmal schöner 10.000 Punkte. Und wenn nicht, dann halt nicht, ne? Aber, ja. Das könnte Potenzial beinhalten, bisher der längste Part des LPs zu werden. Also, wir wollen mal schauen. Ja, das wissen wir, passt nicht da rein, ne? Wollen wir doch mal hier reingehen, das ist doch das Interessantere. Da glitzert auch was. Hier in der Heiligen Kammer. Ja, das Ding können wir auf jeden Fall auch noch aufdecken. Die Frage ist, ist hier in der Heiligen Kammer noch irgendein Schatz? Nein. Aber hier sind Tiere. Und ich dachte es mir schon. Eine Münze. Capricorn. Und eine Kortika-Gravur. Die zieht nach Lapislazuli aus. Noch eine Tafel aus Lapislazuli? Es könnte eine der Tafeln der Okeaniden sein. So wie die, die du im Valka-Schloss gefunden hast. Von allen, die ich bisher gesehen habe, ist diese im besten Zustand. Wahrscheinlich, weil sie im Süßwasser lag. Aber wie kommt's, dass hier keine Skulptur von dem Gold ist? Vielleicht ist der Schatz von Pacifica doch nicht hier. Ah, schon wieder dieses Geräusch. Vielleicht sollten wir zurückschwimmen. Was sollen wir noch machen? Ja, komm. Ernsthaft? Ich glaube, ich warte lieber hier. Okay, okay, gut. Du schwimmst vor. Das kam aus der Nähe der Geisterfälle. Lass uns zurückkehren. Du bist echt ein Schisser, der? Gell? Keiner Schisser. Wo eins steht fest. Wir haben hier vorne so ein Fitzelchen vergessen aufzudenken. Ja. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir hier noch Schätze haben, die wir eventuell aufsammeln können. Ja, das ist zum Beispiel noch was. Ist das auch ein Gemälde oder sowas? Ach so. Das passt dir leider nicht schon mit. Na gut. Dann gehen wir halt mit zwölf Dingern zurück zur neuner Insel. Ohohohoha. Ganz langsam. Oh. Oh. Ich glaub's nicht. Hier gibt's Krokodile. So kommen wir nie vorbei. Er ist viel zu aggressiv. Sekunde, du kannst doch den Pulser verwenden, oder? Warum kümmerst du dich nicht um diesen kleinen Keil? Mann. Ja, wo ist es denn? Putt, 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 putt. Komm, 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 komm. Er hat sich beruhigt. Mein lieber Mann, das war knapp. Vielleicht war das gerade schon der Fluch des Lieds der Drachen. Nein, was erzähl ich denn da? Ich glaube nicht an sowas. Für alle Fälle bekommst du etwas Sauerstoff von GG. Ja, hätte ich nicht gebraucht, aber danke. Er hatte noch genug. König Amarus Aqueduct. So, wir haben jetzt hier eigentlich alles aufgedeckt, was ich konnte. So. Was sehen wir denn da? Guck. Das kann doch nichts. Sag mir nicht, dass ich hier einen Wal sehe. Hayaku, hörst du mich? Ich höre dich laut und deutlich. Ein Wal hat es geschafft, so weit strom auswärts zu gelangen. Nein. Er ist doch nicht einfach so hergeschwommen. Das ist nicht so unglaublich, wie es sich anhört. Zwergwalle leben normalerweise im Atlantischen Ozean. Doch im Jahr 2007 wurde ein Exemplar in einem Nebenarm des Amazonas entdeckt. Das ist wie weit entfernt? Mehr als 1600 Kilometer? In der Tat, ungewöhnlich. Doch in letzter Zeit häufen sich solche Berichte. Es ist noch nicht bekannt, ob das Problem eventuell mit der Echolotung zusammenhängt oder mit irgendwas anderem. Doch viele denken, dass es auf Probleme in der Umwelt zurückzuführen ist. Sag bloß, ich kann es immer noch nicht glauben. Ich dachte, es wäre ein Drache. War mir ganz sicher. Das war es jetzt. Lass uns für heute Feierabend machen. Kein Schatz vom Pazifik, aber wenigstens haben wir eine neue Tafel. Hayaku gelang ist die Gravon auf der letzten zu entziffern. Also finden wir vielleicht auch durch diese hier etwas heraus. Und ich weiß natürlich wohin es geht. Wir nähern uns jetzt schon dem finalen vorletzten, dem letzten Drittel des Spiels. Es wird spannend. Ja, da haben wir schon einiges aufgedeckt. Ist schon okay. Und da haben wir die ganze Karte aufgedeckt. So viel, was wir wollten. Perfekt. Gib nochmal Geld. Geld, 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 Geld. Wie war es? Was für eine verrückte Geschichte. Selbstverständlich habe ich eine Hauptrolle dabei gespielt. Ganz klar. Wir erzählen natürlich alles. Was ist also passiert? Ich habe ja gar nicht gewusst, dass Gigi so ein Angsthase ist. Warum musst du auch alles erzählen? Komm schon, du denkst doch nicht, dass das Lied der Drachen mir Angst machen könnte, oder? Also habt ihr auch hier das Lied der Drachen gehört? Faszinierend. Aber diesmal ist nichts passiert. Wie war das mit dem Fluch des Lieds der Drachen? Wir wurden von einem durchgedrehten Krokodil angegriffen. Na gut. Immerhin haben wir das hier gefunden. Die Kortika-Gravur. Eine der Okeaniden-Tafeln. Hey, du kannst sie doch lesen, oder? Was steht denn drauf? Was für ein unglaublicher Fund. Diese Tafel ist bisher die am besten erhaltene. Selbst die detailreichsten Stellen sind deutlich lesbar. Also sollte ich sie in kürzester Zeit entziffert haben. Ich frage mich, welche Informationen auf dieser Tafel verborgen sind. Nun, hier ist der Aufstieg und Verfall des Reichs der Okeaniden verzeichnet. Demzufolge waren sie ein Volk, das mit den Drachen sprach und sie kontrollierte. Um dies zu tun, verwendeten sie etwas, das sie die Drachenflöte nannten. Die Drachenflöte bestand aus Lapislazuli. Sie wurde dazu verwendet, den Drachen zu wecken und ihnen Anweisungen zu geben. Wie dem auch sei, um den königlichen Schatz zu schützen, bewacht von den Drachen, wurde die Drachenflöte in ihre Einzelteile zerlegt und in die Tiefen der Meere geworfen. Eine Flöte aus Lapislazuli geworfen in die Tiefen der Meere? Ah, Oceans Anhänger! Hallo! Ja, das ist es, die Anhänger, die mir meine Eltern hinterlassen haben. Opa, hast du nicht gesagt, dass ihr sie während einer Tiefseeerkundung gefunden habt, als ihr vor Jahren zusammengearbeitet habt? Also ergeben diese zwei Anhänger zusammen die Drachenflöte? Wartet, da steht noch mehr. Der Text besagt, dass die Drachenflöte in drei Teile zerlegt wurde. Nur wenn man sie vereint, können die Drachen erweckt werden. Sagtest du drei Teile? Wo ist also das letzte Teil? Wir sollten da suchen, wo auch immer Jean-Erik und dein alter Herr diese Teile hier gefunden haben. Nein, das wird nicht nötig sein. Das dritte Teil befindet sich im Mini-U-Boot HD9, demselben, in dem sich mein Sohn Mathieu befand, als er den Unfall hatte. Woher weißt du das? Darüber reden wir später. Wir sind alle müde. Ich werde euch die ganze Geschichte erzählen, wenn wir zurück auf der Neuner Insel sind. Jean-Erik scheint etwas aus vergangener... aus der ferner Vergangenheit erzählen zu wollen. Ihr kehrt zur Neuner Insel zurück. Und das ist der Moment, um diesen etwas längeren Part erstmal zu beenden. Und um das Ganze mal eben ein bisschen zu verarbeiten, was wir alles gesehen haben. Auf jeden Fall, danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Bis dann und ciao. Bis zum nächsten Mal.